willkommen zurück zu napoleon also ist natürlich natürlich wieder das rack und der plane so ich muss es meine kiste machen gesagt so da fragt sogar nacht nach palänen und wie man das richtig schreibt für den multilink aber ich weiß nicht palänen streamst du auch die streame auch das ist richtig dann sagt doch mal wie man zu deinem kanal kommt also da ist diese schreibt ja einfach p a l a i n e allen allen place wie ist der korrekte tutsch name das plane place zusammengeschrieben wieder mit einem hinterberg siehst du siehst du ich hab's doch gern wichtigen sachen kleine missverständnisse gehören dazu das weißt du dann möchte ich mal ein ok das ist die ganze ich den mit zu finden das kann ich so viel stoff da so ein stoff stoff naja ich bin dabei dass noch ein das t-shirt hast du an geiler rock ja ich weiß es ist sehr stylisch machen wir was neues ach du sehr gut du aber du hast er hält den blauen rock an aber die textur von deinem da können wir so ein reifen direkt strappen oder kannst du den einschmelzen oder die ja ich habe alles gut alles gut das haus sein hat es so geloot wurde gelootet wurde herkam ich habe nichts gemacht nein 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 weil nicht berührt keine elfmeter nein hallo herz um die farme das das nehmen wir mit das nehmen wir mit die fede nehmen wir mit wir können auch den westen alles mit was du kannst ja ich arbeite dran wo ist dann eigentlich mein händler da ist da und nichts dabei stoff könntest du bitte drin lassen weil dann kann ich den gleich mit zum händler nehmen dann gehe ich da mal hin hitzeschlag 1 und heute muss noch was trinken so juka trinken ob es war ich hin ach da muss ich die ganze wieder soll können ich nicht okay das will ich danke schön ich nicht der fall ist der einzige händler ja wir hatten erst einen glaube ich ich habe noch einen auf der karte bei meiner war sehr abgelegen ja teilt ich ruhig mit teile dich mit das ist noch kein großes vermögen nein das ist korrekt steine 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 stein riesig rohrschneider willkommen im stream steinemann so dann gehen wir mal kurz zum ich dachte ich habe eure rüstungsteile unten in den kühlschrank gelegt und im kühlschrank klar das ist gut damit es so schön kühl hält ja total frisch zieh dich kalt an bei minus drei grad zieh dich kalt an ja genau und sitzt die rüstung schön kalt im schritte wie gesagt unser namenlose ist auch dabei richtig hast du recht wahrscheinlich wir spielen hier zusammen mit nordisch guten tag und sag es ich darf es nicht sagen der namenlose hast du das bisher schon rumgesprochen oder was ja das ist schon angekommen genau und asrak ist auch dabei aber bis jetzt hat es wieder gehalten obwohl wir seinen namen schon mehrmals genannt haben genau kein indiz was ist das denn hier für eine komische höhle da geht das was darum so ich spiele Vanilla 7 of the ice also kein mod da traue ich mich allerdings allerdings mit der auflage dass wir jede horde in einem anderen gebäude und einem anderen biome in einem anderen biome genau genau das heißt wir machen uns wenig bis gar nicht sesshaft und versuchen die horde oder uns wir haben sieben tage zeit uns die horde vom hals zu halten oder respektive komplett umzuziehen und das ist eine challenge der haben wir uns gerne angenommen finde das fordert auch ganz gut ist an natürlich in wir haben tag fünf in der ersten woche ist es nicht so war nichts aber jetzt zieh mal dreimal um da weißt du was da musst du ja jedes mal auch die ford du musst alles umziehen ja das ganze kram den du gesammelt hast was nimmst du mit genau was nimmst du mit was lässt du da und äh das ist schon jetzt so easy 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 wir müssen ein bisschen ressourcen managen ja klein bisschen dass wir möglichst alles verarbeiten dass wir möglichst wenig lagern auch gerade so ein bisschen richtig das war noch mal was alles schön verarbeiten ja tanzi hallo willkommen ja hast du recht muss ich machen ich sehe es leider momentan noch nicht wenn wir eine follower anzeige einrichten und ja mach das doch mal oder also finde ich ja auch schön deswegen sag ich einfach mal jetzt einfach blind in die runde rein vielen dank denen du gefollert hast das like das follow fertig auskommt genau bum kick alles ja sofort genau gleich alle anrufen gemeldet bei twitch gleich beim CIA gleich angeschmerzt BND alle verfassungsschutz alle anrufen nur so Müll finde ich hier immer ähm das Problem was ich auch eigentlich habe äh mit unserer Konstellation ist äh also nicht mit unserer Konstellation sondern mit der Art wie wir es gestaltet haben äh wir haben kurze Tage habe ich den Eindruck ähm kann sein 60 mit Sicherheit äh ja müsste okay ja müsste 60 sein ja eben man muss halt einfach mit der Erwartung machen dass natürlich die Hütte die Horde nicht überleben wird muss sie ja auch nicht muss sie nicht muss sie denn ja ich kann sonst auch den äh den Spieltag auf drei Stunden stellen das können wir machen aber wir haben ja Reifen bis zum ab wir können Reifen einschmelzen alter das ist super äh ich stelle auch nochmal Becken und Ex her ich warte erstmal auf die Todesanzeige kommt keiner okay dann ist es nur umso so ähm hab mich gehauen ja und das gehört auch so ich muss mal hauen genau prügeln so warum ist hier also alles klar gut dann gucken wir uns nochmal das Gebäude da vorne an dann gehen wir nochmal zum Händler was zum Glück ist das hier nicht die Starvation Mods sonst würde der ganze Kram hier sofort verschimmelt verrocknet kaputt gehen kaputt so aber die ziehen wir uns nachher nochmal rein aber jetzt ist erstmal das hier ja ist ja gut ich mach es ja ich hab's angekommen danke Leute ja wieso ihr müsst ihn viel mehr nerven viel mehr kann ich noch ermutigen ja voll richtig schön der heult noch gar nicht so ich hab alles mal abgegeben an Schüssen statt was ich habe ach so die habe ich habe schon alles klar okay so ich suche mal weiter ach das ist doch Bullshit Bullshit wieder infiziert na klar ich kann mir schicken ach hier war ich schon glaube ich Hallo jetzt essen wir erstmal das Hallo okay da wir jetzt eh vergiftet sind können wir jetzt richtig und satt essen Schimmelbrot sei Dank ja hier war irgendein schon mal jemand so wo ist denn mein Fähnchen dahin ist mein Fähnchen okay haben wir das Kredibium ach schaffe ich das 16 ja doch 1630 ja das soll passieren vielleicht können wir ja noch ein bisschen was die Haarien das wäre natürlich schön aber man muss ein Fleisch haben BÄM ein wie Minuswellen das vielen Dank auch mhm das war klar ich finde es schön wenn die Falle durch den Kopf gehen ja das ist super ne das hatte ich auch öfters ja wir haben noch gar keine Spikes und nix ne das ist so ach was Spikes ist das für Luschen ich verstehe Luschen der Luschen ui oh alter da lang muss ich und nochmal ne Wellnis abgezogen was ist mit dir los ey das hier zweimal Wellnis abgezogen gehts noch ich fress das Schimmelbrot nie wieder tja siehste das war so ne schöne Alternative gewesen tja denkste wat ja jetzt aber gut wat dann noch oh alter wo schieß ich denn hin oh der Gang schön die Schnauze oh drei Wellnis abgezogen echt jetzt ja wird sich so immer runter damit oh man oh man oh man oh man doof man doof so drei Wellnis so eine scheiße oh ich sehe ein Auto das können wir das können wir scrappen weg damit dünnes Auto keine Ausdauer fängt ja gut an so jetzt müssen wir warten der ist nicht vielleicht trinken nein können wir nicht Alkohol habe ich natürlich auch nichts genommen weil ich dumm bin selbe schuld warum tust du das weil ich dumm bin ja weil ich dumm bin ich bin ab vom Stoff ich mach das alles ich mach das alles so mein Händler da ist es auch nicht dran ok ja wahrscheinlich brauchen wir ein Lame Claim Block genau ein Lame Claim Block zum umziehen damit wir die schon wieder abbauen können wir haben aber auch was ist das das im Idealfall haben wir noch drei ich weiß gar nicht ob wir überhaupt welche haben und wo die sind und ich habe noch gar keinen Überblick wir haben drei alles gut wir haben drei also dank der Nachfrage läuft so was könnte ich hier noch schönes verkaufen na gut eigentlich kann ich nichts verkaufen dann verkauft es nichts militärische Faser könnte ich eigentlich auch verkaufen weil ja weg damit dann brauchen wir ja verkoppt es aber verkoppt es einzeln gibt mehr Skill äh ich meine das soll nicht mehr so sein einzeln verkaufen an sich soll das kein Skill mehr geben mhm ich kann es natürlich mal machen aber ich glaube das bringt es nicht aber es bringt gut Kohle dafür jup das ist nicht schlecht ähm kriegt dafür auch was neuer 7 das verkaufen wir einfach mal mit das sag ich gerade so das können wir nicht verkaufen das will ich nicht verkaufen das kann ich auch so was krass denn schön ist für mich was kann ich schon alles kaufen einen Bergbauhelm kann ich kaufen für 6.000 alter nein geht gar nicht naja ist dafür eigentlich ein blauer auch 34 das ist schon nicht verkehrt da flog der Kopf weg aber sowas von prächtig 4 33 das ist ein Auto so was haben wir da ein Tripwire Post Tripwire Post da haben wir auch nix äh gelegt dann abgesicht die Schrotflinte für fast 10 eine Armbrust für 8 äh für 48 ne haben wir da noch die haben aber auch nix die haben nix die Jungs nix nix all right now that we're done doing business ah ja quack mir nicht frei tschüss i get out of my store oh hey god a customer so eine Menge eingeschmolzen das ist noch unterschlafen ich habe gar keinen Bock auf Füße ehrlich gesagt aber wir haben schon wieder 18 Uhr ah ok schon wieder 18 Uhr ja ich glaube ich hole noch ein bisschen Holz also ich höre grad im Chat irgendwie äh dass es wohl nicht mehr so wäre dass man einzeln verkaufen kann aber ja mhm ja 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 das meine ich ja mhm das ist nicht mehr ich hatte das äh in der letzten Staffel auch so alles einzeln verkauft kannst du schon versuchen ein Minibike herzustellen? ähm kann ich versuchen wenn wir die Materialien machen das wäre gut äh Handlebars und so muss man gucken ob wir schon genug Material haben das kann sein dass wir Wolle brauchen ne? äh ja Wolle brauchen wir ja für den Sitz ne? ja für den Sitz ja genau palim palim genau passt das auch palim palim ja ne verdammt oder was denn jetzt? da oben ist noch ein Auto ah genau was wollte ich Wolle? das ist schon wieder spät spät ist relativ ja vielleicht aber auch keine Tiere ich habe kein einziges Tier hier ja im Moment seh ich auch grad nix das ist echt äh nicht schön ich versuch grad ein paar Autos zu scrapen aber bisher kein Motor keine Batterie wenn die selten geworden dann brauch ich auch kein Minibike herstellen nein wir haben eins wir haben eins können wir auf jeden Fall achso doch wir haben ein paar Sachen ne? also versucht bitte eins schon mal zu machen wenigstens eins und wenn der Wolle fehlt sagt wie viele dann gehen wir dann nochmal auf Beute ja gut Wolle könnte ich sonst auch zurück mitnehmen vielleicht ich such grad weil meistens ist er auch weil meistens ist er auch kannst du beim Händler Stahl mitbringen einen Motor habe ich noch gekriegt Stahl? Stahl Barren Stahl Barren Stahl Barren ja so drei oder so weil dann können wir nämlich die Range reparieren mein ist nämlich fast fertig ich guck mal ob ich ja ja ich guck mal hm guck mal oh ich glaub das war nicht das Ersteuer viel dank für den Host das ist nicht von dir hab ich ja schon alles abgegrast gibt's denn hier keine Wolle? ich hab Wolle ich bring mit Wolle Petri ich bring mit alles gut ach man gucken wir mal Wolle 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 Woll Zoff-Händel, keine Ahnung. Jetzt ist es tot. Ja, mach mal Reifen. Reifen haben wir jede Menge. Brauchst keinen mitnehmen. Ja, ja. Da können wir sogar noch welche einschmelzen. Ja. Kennst du die Scrap Boost Schematic? Also hast du die? Scrap Boost. Boots. Also nicht Boost. Boots. Boots. Booty Boots. Ja, kann ich. Okay, alles klar. Liegen auch schon Exemplare für euch. Ich habe meins schon genommen. Vielen Dank dafür. Nee, weil ich die schmatte Kette kaufen kann. Deswegen frage ich. Nee, nee, nee. Auf Besuch. So, mein Weg. Dann macht doch Kaffee und Tee oder so. Kaffee, Tee, Patrik. Nur wenn es sich anmelden. Noch ein Brot, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein. Den Rocker muss ich noch ein verpulen. Das ist alles nichts. Aber ich sehe keinen Hirsch. Gar nichts. Er ist ein bisschen leblos. Da gebe ich dir recht. Leblos. In die bläde Kopf. Patz. So, komm. Du, Bayern, zählen, nehme ich immer gerne. Ja, äh, äh, da muss man, also ich, vielleicht muss ich da eine kleine Lanze für Kaleen brechen. Also der ist nicht so, der Mega-Streamer, sondern kommt erst nach und nach rein. Äh, deswegen nicht gleich so, ähm, äh, vorbrechen. Das wird noch mit dem Follow-Bot, das machen wir noch. Ja, das ist, ich kann jetzt weit, ich weiß, wir haben auch im Moment nicht einrichten. Also ich, genau, alles, alles cool, wird alles. Ja. Da kommt alles dazu, versprochen, ne? Ja, das ist ja ganz lieber, alles. Ja, der will nur spielen. Ja, der will nur grauelt werden. Er will nur spielen, ne? Tja, wo wieder, ach, er kann ruhig wäre. Ich kann mich aufhören, so was. Ich kann mich aufhören, mit solchen Kommentaren. Ich kann nicht aufhören, mit solchen Kommentaren. Ich kann es einfach nicht. Oh, noch Eier dabei. Es fließt so aus mir raus, so wortwörtlich. Plopp. 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 Das machen wir einfach nur kurz. Plopp. 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 Schmeiß schon mal den Kram ein, dann können wir da mitnehmen. Kram einschmelzen, sehr gut. Kram. Jetzt mal die Fortstand auch leer machen. Ja, ich kann mal so langsam nach Hause. Ich habe auch nichts Tolles gefunden, was ein oder andere Häuschen, Flamme hier ein bisschen, da ein bisschen. Ja, ich habe immer noch die Hoffnung, dass man noch irgendein Tier sieht, aber irgendwie ist das so mau. Ich würde sogar Bären beißen wollen. So hungrig bin ich schon. Naja, so richtig bin ich ja nicht. Was mal gucken. Hier hatte ich ja auch alles ab. Kann man Minibike-Wirsch reinschmelzen? Ich werde es merken. Was machst du nicht? Hat man die Minibike-Rede? Ja, wenn ich alle, ne? Also drei sollten wir uns, die besten drei sollten uns aufheben. Nee, das ist weniger. Macht man. Ja, 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 ja. Wir haben ein lilanes und drei blaue. Geil. Das ist schick. Geil, oh Mart. Menge Billigereien. Um mich zu sagen, krass. Krasse Nummer. Irgendwie nicht jetzt Bock auf den Döner. Ganz ehrlich, ich habe Hunger. Oh ja, auch schon, um das Essen zu reden. Nee, das geht überhaupt nicht. So ein schön leckerer Döner. Oh, das habe ich mir vorhin auch gedacht. Ich bist du aus der Seele. Oder schön Knoblauchbrot. Und dann auch eine schöne leckere Pizza mit Zucuk und sowas. Wird Zeit, dass wir die Folge beenden. Oh, warte, warte, warte. Ein Wildschwein. Daraus machen wir einen Döner-Spieß. Komm, du Sau. Schnapp dir die Sau. Ich schätze. Yay. Gleich steht auf dem Ball. Ja, 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 ja. Und weg damit. Da höre ich doch schon mitesser. Mitesser? Da kommt ein Mitesser. Ja. Ach so. Ich wollte schon sagen, die können jetzt auch schon reden. Das gibt es doch nicht. Was ist denn da hinten? Das ist immer so kopflos. Stein. Oder Hügel. Ich bin auf dem Rückweg. Immerhin eine Sau haben wir erwischt. Ich habe ja dreimal Schinken und Ei schon angesetzt. Aber schon zwei gegessen. Oh, 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 oh. Den muss ich haben. Das würde mich jetzt auch nicht wundern. Oh, Mann. Ich habe voll verzorgt. Gibt es doch nicht. Was tust du? Ach so, hier. Da haben wir vielleicht eine Chance auf dem Mining-Hemm. Den werde ich mal umnieten. Oh, Mann. Das wäre eine Chance gewesen. Verdammt. Oh, der hat sich aber schön gedreht. Oh, der liegt ja wohl. Da können wir nochmal kurz reinkommen. Jetzt nicht mehr. Ah, der hat nur Plastik dabei. Schade, Perlin. Schade, schade, schade. Golden Rotz. Golden Rotz-Tier. Jawohl. Golden Rotz. Oh, ich laufe da mitten rein. Ich bin aber auch so. Echt, ne. Kann nicht sein. Schuhe. Da kannst du nicht mal mehr in den Chat gucken. Dann fangen sie auch schon an, über das Essen zu reden. Furchtbar. Ja, so schöner. Sitzt, hier hast du ein Loch im Magen, weil du den ganzen Tag noch nichts gefressen hast. Verstehst du? Und dann, ja. Oh ja, ihr Bolognese-Soße. Ja, schöne Bolognese. Ja, mhm. Lecker. Quält euren Streamer nicht, ne? Also heute gab das ja, bei uns in der Kantine gab das heute Bolognese. Oh, das geht nicht. Und gestern gab das Rübenmus mit Kassler und Kassler. Hast du Stahl mitgenommen? Stahl konnte ich gar nicht kaufen. Und versuche jetzt nicht, das Thema zu wechseln. Oh, mit einem Scheiß. Dann fange ich nämlich erst recht an, von Essen zu reden. Oh, ich bin fast tot wieder hier. Wir brauchen dringend Stahl. Die Ranch ist gleich hinüber. Ich korrigiere, sie ist hinüber. Nötzermäck. Ich werde das mal gleich füllen. Dann haben wir jetzt mal gleich ein Päufchen. So. Hab ich zu Hause. Achso, gar keiner da. Schade. Mehr Zombienen. Zombienen. Wann ist Runtime? 22 Uhr, ne? Richtig. Si, Senor. So, dann, liebe Zombies und Angehörige. Oh, dich hätte ich aber gern noch. So, mit Essen sieht er wohl ein bisschen mal. Oh, das ist ja nicht so nix. Man könnte so nix. Warnversuch. Ungefallen. Nix dabei. So ist das. Ah, Pilze können wir mal neig schmeißen. So hatte ich noch ein bisschen was von dem Schimmel gezeugt. Ne, auch nix. Tum, 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 tum. So, was macht denn unser Beet? Na gut, ich meine, wir haben schon 2200 von den Coins, sei ich fast gesagt. Die nehmen wir mit. Könnte man. Weil es könnte ja sein, dass die Antibiotika hat oder sowas. Oh ja, das kommt. Der Feier ist schön durchgeglitscht. Das wäre natürlich fein. Äh, wo haben wir hier Meffing? Ach, sie hat nix, alles klar. Meffing, Leder haben wir auch hier, ne? Oh, das ist doch. Ne, Leder war aus. Ich habe noch drei Leder reingeschmissen. Drei Leder habe ich gefunden. Oh, wow. Reicht an Leder. Ganze drei Leder. Hör auf, rumzuhächeln. Schlappschwanz. Ja, nützt ja nix. Sonst ist alles schlaff, aber... Was? So, ich bin zu Hause. Es geht Fleisch. Wo sind die Eier? Da, Herr Ries. Ach so, ich habe hier, warte mal, ich schmeiße es mal hier in den Ofen. Schmeiße ich nochmal sechs Eier. Ja. So, fünfmal läuft noch. Das, so, äh, Katten habe ich mitgebracht. Katten, neun und Sitten. Wohin, 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 wohin? Das weiß ich doch nicht, ich stehe drin. Ich packe es mal unten in den Kühlschrank. Ach so, da ist gerade... So, da ist Stoff drin für die Sitze. Wer schreit wo? Ich sehe aus, ey. Den zweiten Motor packe ich da rein. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus hier. So, das kann eigentlich weg, Mist hier. Schmeiß ich auch mal weg. Stone. Ich denke, morgen sollte man mal anfangen, irgendwie so Spikes. Leder kann ich gerade mal sieben herstellen. Bin dabei. So. Ich würde aber erst mal sagen, wir machen es mal... Echt jetzt schon wieder? Ja. Schon jetzt die Aufnahme begonnen, oder? Ja, fünf Minuten. Eieieieieieieiei. Ja, dann hau ich doch mal zwischendurch. Lasse wir die Schreibung ans mal laufen mal so momentan. Ja, schön, dass ihr da wart. Und machen wir jetzt ein kleines Polizieren. Wie gesagt, am nächsten Tag werden wir noch mal sehen, dass wir schon ein bisschen was gegen die Horde machen. Machen wir schon Spikes aufbauen. Wir brauchen ja auch noch Essen und den ganzen Mist. Richtig. Das ist ein bisschen schwierig. Naja, ich verabschiede mich auf jeden Fall von euch. Schön, dass ihr da wart. Und dann übergebe ich das Wort an den Herrn Asrak. Ich hab nichts zu sagen. Tschö. Und dann in Berlin. Ja, tschau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Achts million. Tschüss.